Guten Tag. Wie kriege ich denn jetzt, wie komme ich denn jetzt dahin auf deinen Entwurf? Auf meinen Entwurf? Wie, du hast den noch nicht auswendig gelernt. Wie kann das sein, dass wir Pferdepodcast aufnehmen und du hast den Entwurf noch nicht auswendig gelernt? Ah, da ist es ja. Ach, halt dein Mund. Also, Stimme geölt, mit Wodka steht der kalt. Wichtig. Folge 41, der Pferdepodcast. Das sind unsere Themen. Noch ist goldener Oktober, aber sie kommen. Der Winter und die Kälte. Wie man am besten umgeht mit frostigen Temperaturen auf dem Pferd und im Stall, das haben uns tatsächlich diese Woche unsere Hörer aufgeschrieben. Sehr fleißig. Wir können nicht alles wiedergeben, aber die besten Tipps, die gibt es hier in dieser Episode. Jetzt bin ich dran. Scheiße, ich habe keine Mail von dir. Soll ich weitermachen? Wie muss das Training aussehen, wenn ich bei meinem Pferd eine schöne Halslinie erreichen will? Habe ich das richtig ausgedrückt? Ja, sehr gut. Das hört ihr jedenfalls in unserer Interview-Serie mit Pferde-Osteopathin Barbara Welter-Böller. Ist die Mail angekommen? Alles klar. Wir beantworten eine Hörerfrage von Andi. Englisch reiten oder western? Welcher dieser beiden Reizstile ist eigentlich gesünder fürs Pferd? In Anführungszeichen. Ist die Mail angekommen? Und, ja, wir gehen der Frage nach, warum der Pferde-Podcast auf einmal in die russischen iTunes-Charts eingestiegen ist. Nostroville. Sag's mir. Wir haben zu viel Wodka getrunken. Nein, haben wir ja gar nicht. Also, es gibt, also, man muss vielleicht ganz kurz dazu erklären, iTunes, die Podcast-Plattform von Apple, ist eine wichtige Plattform, auf der Podcasts zu hören sind. Und Leute, die Podcasts machen, so wie wir, die schielen ganz gerne mal auf die Charts. Die gibt es nämlich auch, sortiert nach Rubriken. Da gibt es dann irgendwie für Technik, für Sport, da sind wir dabei. Und, ja, dann guckt man und freut sich, wenn man da möglichst hoch gerankt ist. Und wir sind regelmäßig relativ hoch, zum Beispiel in den österreichischen Charts, was mich immer sehr freut und wundert. Ah, das Wege der Hafflinger? Wegen der Hafflinger, genau. Also, es wundert einen nicht, wegen der Hafflinger. Und auf einmal Russia Sports, der Pferde-Podcast. Ja, lustige Sendung, mal reingehört. Tja, aber, man weiß. Bestimmt wegen Nicole. Wegen Nicole. Also, wir haben ja von einem Hörer, der hat uns geschrieben, Nebel Boss, Entschuldigung, Nebel Boss hat uns geschrieben, bei, ich weiß gar nicht mehr wo, er hat gemutmaßt, dass ihnen die Hymne von Manni, dass den Russen die Hymne von Manni vielleicht so gut gefällt. Unsere Pferde-Podcast-Hymne. Und ich habe mir dann überlegt, wenn das so ist, der Manni, das ist ja, also, Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung, als so der Heterosexuellen, die leben in Russland ja gar nicht so ungefährlich. Also, diese, weißt du? Jetzt wirst du aber politisch. Ja, aber wir müssen den Manni schützen. Also, wenn der russische Geheimdienst oder irgendwie, Aber der wohnt doch hier bei uns im Keller, ist doch alles gut. Aber wenn irgendwelche Putin-Schergen zuhören und denen vielleicht sich jetzt krapschen wollen, so Putin-Rocker oder sowas, weißt du? Das, Dann kommen die zu uns in den Keller. Dann kommen die in den Keller und wollen den in ihren Keller zerren oder sowas. Also, liebe Putin-Schergen, das regenbogenfarbene Einhorn-Tattoo auf Mannis Steiß hat nichts zu bedeuten. Und jetzt spielen wir erst mal die Hymne. Der Pferde-Podcast ist hier, Folge 41, Nastrovje. Nastrovje. und Moment, wir müssen uns jetzt auf unser internationales Publikum einstellen natürlich. Ich habe eine Dolmetscherin organisiert für diese Ausgabe und für alle folgenden Ausgaben natürlich auch und wir müssen es ganz kurz übersetzen, simultan. Herzlich willkommen, hier ist der Pferde-Podcast. Sie hören Folge 41. Sie hören Folge 41. Zum Wohl. Na zdrowje. Dann kommt das. Warum lasten du jetzt? Du hast gesagt, dann kommt das und es hört sich jetzt an, als hättest du dem Manni mit der Schippe auf den Kopf gehauen. Pöck. Tja. Hast nur die Kaffeetasse auf den Tisch gestellt wahrscheinlich. Ich habe nur die Kaffeetasse auf den Tisch gestellt. Genau. Ja, und der Pferde-Podcast fängt mit dem an, mit dem Nachrichtensendungen normalerweise aufhören. Das Wetter im Pferde-Podcast. Jenny, das Wetter. Es ist noch goldener Oktober. Es war so schön letzte Woche und es ist auch noch relativ warm. Habt ihr es genossen? Ich meine, die Kälte kommt, da will ich dann ja gleich drauf hin, aber noch muss man ja auch mal sagen, noch kann man ja diesen goldenen Oktober genießen. Haben wir gemacht. Es war warm. Ponys waren auf der Koppel. Seid ihr ausgeritten? Auch? Nein, es waren so viele Fliegen unterwegs. Auch noch? Ist ja wie im Sommer. Ernsthaft? Ja. Bin ich nur mit dem Globus ausgeritten, weil der, den stört es nicht so. Ach komm. Und der Kleine kann nicht so mit Fliegen, oder was? Also das... Nee, der findet es total doof. Okay. Jedenfalls, es war wirklich ganz toll, aber man hat so das Gefühl, die Kälte kommt. Ich glaube, für nächste Woche sind ja schon deutlich geringere Temperaturen vorhergesagt. Dann geht es auch rappe zappe in den November und von daher kommt dieses alle Jahre wieder Thema mit sieben Meilenstiefeln auf uns zu. Die Kälte, der Winter, das Feuchte und was tut man dagegen? Wir haben jedenfalls prophylaktisch unsere Hörer auf den verschiedenen sozialen Netzwerken schon mal gefragt, hey, habt ihr irgendwelche Tipps? Wie geht ihr damit um? Nennt uns auch Produkte, Werbung, scheißegal, machen wir einfach. Sagt uns, was hilft, was ihr so tut. Und das haben unsere Pferde-Podcast-Hörer wirklich total toll gemacht. uns erzählt, was haben sie gekauft, wie ist ihre Strategie sozusagen? Und ein großer Blog von Menschen hat geschrieben, wir machen eigentlich gar nichts Besonderes, wir reiten, wir schaffen im Stall, wir misten und dann wird es einem schon warm. Eine sehr sympathische Haltung, oder? Und das stimmt ja zu einem Gutteil auch erstmal. Ja, also beim Misten und so ist mir auch nie kalt und beim Reiten in der Halle eigentlich auch nicht, also ich reite auch bei minus 5 Grad mit T-Shirt, weil ich irgendwie, mir ist immer warm beim Reiten. Aber also beim Ausreiten, nur Schrittreiten mit dem Opi, da kann es dir schon mal ganz schön kalt werden. Ja, stimmt. Und wenn man dann ein bisschen länger auch im Stall rumsteht, in der Stallgasse oder so wie es bei dir ist, du hast ja gar keine Stallgasse, deine Pferde stehen im Offenstall, ne? Und wenn man da dann tatsächlich längere Zeit auch mal noch irgendwie ein Schwätzchen halten will oder so, dann ist das halt auf einmal doch ganz schnell ein Thema, dass man sagt, lieber es ist einem eher etwas wärmer ums Herz und um den Körper, als dass man da zittern muss. Und deshalb, wir können nicht alles abbilden, was ihr uns geschrieben habt, aber so exemplarisch die ein oder andere Mail, das ein oder andere Posting, das wollen wir gerne mal vorlesen. Wir haben auch eine Auswahl zusammengestellt für euch auf unserer Homepage www.derpferdepodcast.com zum Teil, das muss man auch dazu sagen, sind auch ein paar Links dabei, wenn zum Beispiel spezielle Overalls oder Jacken oder Schuhe oder sonst irgendwie was erwähnt sind, auf die die Hörer so richtig schwören, dann sind da zum Teil auch die Verlinkungen mitgeschickt worden und die haben wir auch auf der Seite drauf, also das lohnt sich, lange Rede, kurzer Sinn, es lohnt sich, da mal drauf zu gucken. Lange Rede, kurzer Sinn. Sprich. Daniela hat diesen Tipp geschrieben. Wir gehen gerne lange ausreiten, auch im Winter, sehr nützlich sind dabei Thermoreitstiefel, eine dickere Reithose und einen Reitrock. Mein erster war von der Firma Hommi und inzwischen nähe ich die sogar selbst. Obenrum noch eine warme Winterjacke, Schal, Handschuhe und eine Mütze oder einen Helm mit Winterpaket fürs Reiten. Zwinker Smiley. Ein Helm mit Winterpaket, okay, muss ich mal den Google fragen, wo es den gibt, den Herrn Google. Bianca schreibt, ich hatte früher immer eine normale Softshell Winterreithose und brauchte immer noch was warmes darunter. Bis ich die Winterreithose von Seiler gekauft habe, da ist sogar die Innenseite vom Leder mit Flausch. Etwas teurer, da auch Maß genommen wird, aber der Wahnsinn nie wieder was drunter gebraucht. Da hat sie auch den Link mit geschickt. Genau, da steht der Link mit dabei. Und, alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche, ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha, und woher wusstest du, was das passende ist? Ich habe einfach auf felby.de geschaut. Da gibt es ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten. Für Hund und Katz gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel Ein Kätzchen zieht ein, heißt er. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felby vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei felby gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung auch für dich von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjellreven, Bergans oder Derbe. Für die nächste Gassirunde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felby.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felby für die beste Zeit mit deinem Tier. Kiri schwört bei eisigen Temperaturen auch auf ihr Solarium. Da muss man ja dazu sagen, wohl dem, der eines hat. Aber sie schreibt, wir stellen uns unter das Solarium, wenn es zu eisig wird. Ansonsten warm anziehen und Tee. Ja, und Verena sagt das, was ich ja auch schon festgestellt habe, das nützt. Klamotten für den Winter stets eine Nummer zu groß kaufen. Auf gar keinen Fall schön, aber seit Jahren bewährt, Snowboard-Hose in zwei Nummern größer, darunter flauschige Jogginghose. Ja, mein Sitz dankt es mir, vier Monate ohne Besatz zu reiten. Thermoshirt, XL Wollpulli, XXL Anorak mit Flüschfell innen drin, immer zu groß, dann bilden sich warme Luftschichten zwischen den Klamotten. Genau, und dann, guter Tipp, guter Tipp, Anke schreibt, sie habe den Ride, den, nein, sorry, nochmal zurück, Anke schreibt, sie habe den Ride, sag mal, bin ich denn bescheuert, sie habe den Porsche unter den Ride Overalls gefunden und sie postet den, dem entsprechenden Link dazu, wenn ich das richtig verstehe, hat sie sich diesen Porsche aber selber gar nicht zugelegt, sondern sie hat noch einen anderen, sie selbst habe einen für circa 180 Euro, ist ja auch noch genug Geld, der sei mega robust, auch da hat sie den Link dazu gepostet, also Overalls zum Anschauen, wenn ihr mal schauen wollt, bei uns auf der Website, inklusive der Links. Und Kat findet die Pads für die Schuhe gut, die hatten wir in der letzten Sendung auch schon mal, ich hatte die Erfahrung gemacht, dass die nach einer Stunde so bretthart werden, aber anscheinend gibt es jetzt, ja, die sind wahrscheinlich überarbeitet worden, das ist auch schon ewig her, seit ich die mal probiert habe, es gibt für Jäger so einmal Pads für in die Schuhe, die wärmen die Füße wunderbar für drei bis vier Stunden und dann wird es einem im Rest auch warm, also wenn sie sagt drei bis vier Stunden, dann nochmal ausprobieren. Unbedingt, und ich habe noch die Kerstin zu bieten, sie hat einen Tipp zu beheizbaren Einlegesohlen, sie schreibt, ich habe mir immer bei Chibo die beheizbaren Einlegesohlen gekauft, leider hielten die Kabel in den Sohlen, ich glaube die kann man per USB aufladen oder so, nur einen Winter lang. Letztes Jahr habe ich mir dann die vom Lidl gekauft, die Kabel mit Panzertape an der Sohle entlang festgeklebt und das hielt dann bestens. Keine kalten Füße mehr, für den Oberkörper eine Wellensteinjacke und die ist mir manchmal sogar zu warm. Mehr Tipps bei uns auf der Seite www.derpferdepodcast.com Vielen Dank fürs Mitmachen. Eine schöne Linie beim Hals eines Pferdes. Jenny, das ist Reitern wichtig. Richtig? Absolut, nicht allen Reitern, aber den meisten. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kommt man dahin? Erklär doch mal, wie soll es aussehen im positiven Sinne und wie sieht es manchmal aus im negativen Sinne? Ich glaube, das positive Bild ist so, also es gibt doch das Logo, wie das Krämer-Logo, oder? Das ist so. Das Krämer-Logo. Ein schöner, hoher Pferdehals sozusagen. Runder, genau. Schön rund, Genick oben, schöne Oberlinie, die sich auch bis in den Rücken zieht. Und wie sieht es aus, wenn es scheiße aussieht? Ich habe vor kurzem gerade ein Pferd gesehen, also der hatte so eine Delle im Hals, oben, nicht unten, sondern oben. Der Hals hatte so, wenn man auf den Mähnen kam, konnte man dann so wie eine Rutschbahn. So sah das aus. Eine Delle halt. Das will man auf keinen Fall. Und die Delle drückt sich natürlich unten mit einem Unterhals wieder raus. Muss ja irgendwo hin, die Delle. Ja, klar. Wie kommt man da hin? Wie trainiert man richtig, um das zu erreichen? Darüber haben wir gesprochen mit Barbara Welter-Böller. Sie ist Pferde-Osteopathin. Und wenn ihr unseren Podcast regelmäßiger hört, dann wisst ihr ja, wir haben da so ein Ding mit Frau Welter-Böller am Laufen, eine Mini-Interview-Serie, denn sie ist Autorin des Buches Die 50 häufigsten Irrtümer in der Pferdeausbildung, erschienen im Katmos Verlag. Auch dazu der Link bei uns auf der Seite nochmal. Und ja, wir haben uns so die populären Irrtümer rausgesucht und besprechen das mit ihr in kleinen Häppchen bei uns in der Sendung. Und diese Woche also der Pferdehals und die schöne Linie, die man erreichen will. Frau Welter-Böller, wie kriegt man das denn hin? Also der Unterhals wird gebildet gegen andere Meinungen, aber ich denke, das ist so, indem die Halswirbelsäule einfach nach unten durchhängt, weil sie von der oberen Muskulatur, also alles, was oberhalb der Wirbelsäule ist, nicht gehalten wird. Die Halsmuskulatur ist da recht schlecht. Also es ist nicht, man sagt, ob das der Oberarm-Kopfmuskel ist verspannt, das stimmt aber so nicht, sondern der Hals fängt einfach nach unten zum Boden hindurch. Was fehlt, sind die Muskeln, die die Halswirbelsäule von unten, also unterhalb der Wirbelsäule stützen und die müssen trainiert werden und diese Halsmuskeln, die laufen vom Hinterhauptbein des Pferdes durch bis zum achten Brustwirbel, also sogar noch unter dem Widerriss her und die können die Halswirbelsäule so einstellen, dass die Halswirbelsäule den richtigen Bogen bekommt, sodass sich die Oberlinie nach oben drückt und dann eine schöne Halsform bekommt und es ist so, dass Muskulatur immer eher exzentrisch trainiert wird, das heißt, indem man Unterspannung nachgibt, also so wird auch in den Fitnesszentern trainiert, nicht konzentrisch, das heißt, Ansatz und Ursprung nähern sich, sondern Kraft entwickeln sie, indem sie Unterspannung nachgeben. Wenn jetzt der Hals von unten von diesen, das sind leider sehr zarte Muskeln, gehalten wird und das Pferd sich selber trägt in seinem Hals in einer gefälligen Form, dann wird die Oberlinie, die oberen Muskeln gedehnt und müssen in dieser Dehnstellung halten und das ergibt die schöne Oberlinie mit einem sehr schönen Halsaufsatz. Das sehen Sie bei Pferden, die in der Box stehen und immer über die Boxentür schauen müssen, die entwickeln durch die Haltung schon eine schöne Halsform. Das Problem ist, dass das Pferd da einen Senkrücken bekommt, aber allein durch dieses immer rausschauen wollen, stellen Sie eigentlich den Hals so ein, wie man ihn braucht. Aber ich empfehle das nicht, weil hinten der Rücken nachgibt in dieser Haltungsform und das für das Pferd auch zu anstrengend ist. Gibt es konkret irgendwie eine Übung, die man trainieren kann, um das so zu machen und so zu fördern, wie Sie das gerade beschrieben haben? Also das Pferd soll sich selber tragen. Man sagt so, das Pferd soll sich vom Gebiss abstoßen und nicht gegen das Gebiss gehen. Solange das Pferd, wenn Sie reiten und Sie haben den Druck gegen die Hand, gegen die Laden, dann wissen Sie, dass das Pferd mit den Streckern gegen Sie arbeitet. Wenn das Pferd nachgibt und sich vom Gebiss abstößt und selber trägt, dann wissen Sie, dass Sie die Muskeln, die den Hals tragen, angespannt haben. Längsbiegung zum Beispiel, wenn Sie den Hals biegen in der richtigen Dosis, dann trägt das Pferd auch mit der unteren Halsring reiten, dass das Pferd den Halsaufsatz von sich aushebt. Das ist einfach mit, ja, man muss diese Bauchkette, kann ich mit den Zügeln erreichen, die Zügelhilfe müsste dann nach oben Richtung Läfte gehen, wie bei einseitig hoher Handmal oder trapezartig zur Seite führen, dann wölbt das Pferd auch den Hals und springt die richtige Muskelkette an und dann muss man es halt immer loben, dass man sagt, hey, genau, diese Haltung will ich. Sonst kann man auch mit Schenkel arbeiten, dass man die Bauchmuskulatur über den Schenkel aktiviert und das kann sich nach vorne fortsetzen. Ja, vielen Dank Barbara Welter-Böller, wie immer sehr erhellend, was sie erzählt und daran schließt sich eigentlich ganz gut an eine Hörerfrage noch, die wir bekommen haben von Andi. Es geht auch um, ja, im weitesten Sinne das Thema Gesunderhaltung des Pferdes, richtiges Trainieren, richtiges Reiten, immer in Anführungszeichen gesetzt und Andi schreibt folgendes, hey ho, das finde ich schon mal eine sehr angemessene Form der Anrede an einem Pferde-Podcast, hey ho, ich hätte da mal eine Frage, worin liegt eigentlich im Bezug auf das Pferd und dessen mögliche Schonung der Unterschied zwischen Westernreiten und klassischem englischen Reiten, also gibt es da einen Unterschied, der möglicherweise der Gesundheit des Pferdes eher zusagt. Danke für eine Antwort. Jenny, jetzt weiß ich ja aus unseren Gesprächen die Woche so, dass du, dass dir diese Frage ein bisschen im Magen liegt, aber trotzdem frage ich dich, fragen wir dich, fragt Andi dich, kann man das, kann man das überhaupt beantworten? Nee, das kann man, also das kann man nicht seriös beantworten. Also Reiten an sich, das Pferd ist ja an sich nicht zum Reiten gemacht. Das Pferd ist ein Steppentier, das bewegt sich 24 Stunden langsam fort, das galoppiert mal, wenn ein Raubtier kommt, aber eigentlich ist das Pferd nicht zum Reiten gemacht. Natürlich sind die jetzt inzwischen so gezüchtet, dass sie halt auch zum Reiten gut sind, perfekt sind, ja, aber welche Reitweise jetzt mehr der Gesunderhaltung des Pferdes dient, kann ich eigentlich nur so beantworten, egal welche Reitweise, richtig Reiten reicht. Man sagt ja auch oft so, die Westernpferde mit ihren Spins und Stops und so, das geht so auf die Knochen, ja, wenn ich ein Essspringpferd anschaue, das geht auch auf die Knochen, wenn das so hohe Sprünge und wenn man mal guckt, mit welcher Kraft und Gewicht, die auf den Vorderbeinen landen, das ist unfassbar und trotzdem gibt es viele Ess- oder hochklassige Springpferde, die ganz alt werden, gesund ganz alt werden. Es gibt aber auch Springpferde, die ganz früh kaputt sind auf den Knochen und genauso ist bei den Dressurpferden, Springpferden, Westernpferden, Kutschpferden und so weiter. Also man kann das nicht pauschal beantworten, reite so, dann bleibt dein Pferd gesund. Also es ist wirklich so, es gibt ja ganz viele Bücher auch und viele gute Trainer vermitteln einem richtiges Reiten. Das Pferd soll gymnastiziert werden und alle Reitweisen dienen dazu, das Pferd gesund zu erhalten, wenn man es richtig macht. Und wahrscheinlich auch mit Augenmaß, oder? Also wenn man einfach zum Beispiel zu viel trainiert im englischen Reitsport, dann ist das halt, irgendwann ist es dann eben auch nicht mehr lustig und Kringel drehen und Pirouetten schlagen und Traversalen und wenn man das, keine Ahnung, zwei, drei Stunden mit hoher Belastung am Stück, na klar geht es dann auf die Knochen und dann ist wahrscheinlich ein maßvolles Westernreiten, tut dem Pferd weniger weh, in Anführungszeichen, als wenn es ein Englischreiter jetzt wissen will und komplett übers Ziel rausschießt. Naja, geht ja auch jetzt nicht nur um das Maß des Trainings, also wie viel trainiere ich, sondern wie trainiere ich mein Pferd und da ist es wirklich egal welche Reitweise, solange ich das so mache, dass es der Gesunderhaltung des Pferdes dient, also zum Beispiel, wenn ich ein Dressurpferd nur auf der Vorhand reite, natürlich wird dann die Vorhand extrem belastet, also man muss wirklich schon so dosieren und so reiten, das ist eine schwierige Frage, man kann die nicht pauschal beantworten und ich kann, also wir können glaube ich auch jetzt nicht im Podcast sagen, richtig reiten, das machst du so und so und so und so. Ja, ich verstehe schon. Also es ist wirklich so ganz allgemein, pauschal kann man nur sagen, Springen ist das Beste oder Dressur ist das Beste, also nochmal, Ingrid Klimke sagt es immer so schön, richtig reiten reicht. Und das Bemühen um ein ausgewogenes Training, man muss auch dazu sagen, wir sind keine Tierärzte oder Osteopathen, also uns fehlt dann in der letzten Konsequenz, so fair muss man glaube ich auch sein, zu sagen, das Fachwissen, weil ich sag mal so, in der Theorie wäre es bestimmt möglich zu sagen, man hat Reiter und die bemühen sich um ein ausgewogenes Training und machen das alles optimal, Englisch, Western, Springen und wenn das alles optimal ist und man zieht dann einen Strich drunter und dann kann man bestimmt auch irgendwie da hinkommen und sagen, das eine ist aber noch gesünder als das andere in Anführungszeichen, aber am Ende des Tages ist es dann glaube ich auch eine theoretische Diskussion, die einem nicht so richtig weiterhilft. Aber viel gewonnen ist auf jeden Fall, wenn man sich um ein ausgewogenes Training bemüht, egal auf welche Reitweise man das jetzt eben macht und ich finde, ja, sich da einen Kopf drüber zu machen und sich die Frage zu stellen, was dient denn der Gesunderhaltung meines Pferdes, damit ist der erste und super wichtige Schritt eigentlich schon getan. Ja. Ja, damit also ein Strich unter die Hörerzuschriften. ACDC hat die Woche nicht so furchtbar viel gemacht, hat den goldenen Oktober genossen. Ich habe noch mal eine Frage zu ACDC, Jenny, und zwar hast du ein Video gepostet über den Pferde-Podcast-Account bei Facebook und bei Instagram, wo die beiden Herzchen, ACDC und der OP Globus zu sehen waren und das war so merkwürdig. ACDC frisst aus einer Schüssel und man hat so das Gefühl, Globus schmust ihn gleichzeitig und legt die Ohren an und schubst ihn weg. Was haben die denn eigentlich da am Laufen? Also wenn man das jetzt mal so als Ehepaar betrachten würde, wie sind die denn so drauf? Wie stehen die eigentlich zueinander? Müssen die in eine Paartherapie? Also die sind so ein bisschen wie wir. Du bist Globus, ich bin ACDC. Der Globus regt sich immer künstlich auf. Komm mir bloß nicht zu nah. Und der AC ist immer so, ach, der Olle, was der wieder hat, der soll sich mal nicht so anstellen. Also AC reagiert immer ziemlich cool. Globus ist manchmal so, geh weg jetzt und ich kann dich nicht leiden, aber geh nicht zu weit weg, weil ich lieb dich ja doch. Okay, also Liebe, Hass, Liebe, Zuneigung, Abneigung, es wogt so hin und her, hat man das Gefühl, oder? Absolut. Schmusen mit angelegten Ohren, Wahnsinn. Ja, und ACDC ist eindeutig die coolere Socke, also wenn ich mit Globus weggehe, er wird noch nicht mal mehr. Also er kann gut alleine bleiben, der Offenstall ist ja so ein bisschen, die haben zwar Sichtkontakt zu anderen Pferden, aber es ist doch immer so dieses, wenn einer weggeht, dann ist der andere verlassen. Globus weint inzwischen viel, viel mehr als ACDC, also der schreit auch nach uns und der wird und dann kommt er wieder. So kenne ich das Pferd gar nicht, also der war immer sehr autark und der war nie so, dass er an anderen Pferden gehangen hat, aber den AC, ich glaube, den liebt er wirklich so von Herzen, er kann es nur immer nicht so zeigen. Also du meinst, er liebt den auch, obwohl die Ohren angelegt sind manchmal. Ja, er liebt ihn heiß und ähnlich. Na gut, ich würde fast sagen, dann geht eine relativ schlanke Folge so langsam schon ihrem Ende entgegen, oder? Also inhaltlich? Wir haben noch den Sprachkurs für Dressurreiten in Russland. Stimmt und überhaupt, es fehlt ja auch noch, richtig, wir müssen uns jetzt mal um unsere russischen Hörer eigentlich kümmern. Die Frage ist ja, also das mit der Hymne von Manni, das haben wir ja schon besprochen, dass die die wahrscheinlich mögen, aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, verstehen die eigentlich die Nicole-Weidner-Gags? Also wir müssen das vielleicht ja, ihr wisst, das ist die Europameisterin, die sich dreimal verritten hat in einer Estressur und abgeklingelt wurde und über die wir uns regelmäßig lustig machen. Verstehen die das überhaupt? Und müssen wir die Gags vielleicht so anpassen? Würde ich schon sagen, weil es wäre ja schon auch gut, wenn in Russland das auch bekannt werden würde, dass also dreimal verritten in einer Estressur, also das ist ja wirklich so spektakulär, das müssen die Russen auch wissen. Was ist der Unterschied zwischen so einem sibirischen Steppen-Kosaken Reiter, der zweieinhalb Flaschen Wodka in Tuss hat und Nicole Weidner? Keine, wir sind beide orientierungslos. Nein, der Kosake verreitet sich nicht. Schätzt ihr, das ist so ein Brüller? Der Kosake verreitet sich nicht. Sie lacht noch nicht mal, ich dreh durch. Also wir machen erst mal auf Grundlagen schaffen jetzt und erklären den Russen noch mal ganz kurz, was es mit Nicole Weidner eigentlich auf sich hat. Europameisterin Nicole Weidner hat sich in einer Estressur dreimal verritten, Mann, 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 als hätte sie jede Menge Wodka getrunken. Как будто она выпила много Wodka. Putin ist doof. Putin tukoy. Das war russisch. Wie in der Sendung mit der Maus. Genau, da musst du sagen, das war russisch. Das war russisch. Ja, Episode 41 des Pferdepodcasts Nastrovje geht dem Ende entgegen. Wir trinken einen Wodka. Ihr gebt uns bitte Sternchen. Lieber fünf als einen. Bei iTunes zum Beispiel. Wenn ihr in Russland wohnt und lebt, dann jetzt ballerts nach oben. Abonniert, votet, kommentiert. Wir wollen groß werden in Moskau und St. Petersburg und überhaupt. Rockin' All Over The World empfiehlt uns weiter. Habt eine schöne Woche. Schaut bei uns auf der Website mal vorbei und ja, bis nächsten Montag. Tschüss. Was heißt jetzt Tschüss auf russisch? Tschüss. Tschüss. Keine Ahnung. Tschüss. Warte mal, finden wir das jetzt noch raus? Was Tschüss auf russisch heißt? Ich hab ja diesen Google-Übersetzer. Do-si-vi-do-si-vi-danja. Tschüss. Do-si-vi-danja. 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 Lesen kann man das nicht. Du musst den Google fragen. Tschüss auf russisch Aussprache. Dann kommt die Lautschrift mit. Weil wenn nur das Wort kannst du gar nicht lesen. Also man muss es mit Aussprache. Und dann heißt es Do-si-vi-danja. Tschüss. Do-si-vi-danja. Do-si-vi-danja. Und mein Tschüss hast du jetzt nicht. Doch, das machst du auch rein. Du hast jetzt ungefähr hundertmal Tschüss gesagt, oder? Do-si-vi-danja. Genau. Genau. Tschö. Do-si-vi-danja. Do-si-vi-danja. Das ist schön. Das gefällt mir. Do-si-vi-danja. Ja. Tschüss. Tschüss. Do-si-vi-danja.